Die habe ich geändert, aber der Reihe nach. Ein halber Tag am Samstag und ein ganzer Tag am Sonntag. Keine bzw. wenig Sonne, leichter Wind, 14 Grad. Die Ausgangsbedingungen für den Kurs. Ein Kajak ist drei bis fünf Meter lang und wird mit einem Doppelpaddel angetrieben. Freizeitkleidung war das Einzige, was ich mitbringen musste und los ging es mit Dehnübungen und mit den ersten Trockenübungen. Klaus-Dieter Fischer vom Kanuverein Falke. Welche Anforderungen werden an meinen Körper gestellt? Dann geht es um aktiv sitzen. Das ist eine sehr wichtige Sache. Denn entscheidend ist die Frage, wie stärke ich meine Rumpf- und Rückenmuskulatur und wie kann ich damit eine gute Bewegung im Boot ausüben. Also aktiv sitzen gehört zum Anfängerkurs. Ebenso wie die ersten Elemente des Grundschlages. Aber bevor man ins Boot kommt, muss man natürlich wissen, wie man rein und raus steigt. Und nach gut einer Stunde ging es schon aufs Wasser. Mit zaghaften Schlägen versuche ich aus dem Hafen zu kommen. Das Kajak fährt überall hin, nur nicht dahin, wo ich möchte. Und dabei bemerke ich, dass nicht nur mein Oberkörper ackert, sondern auch mein Po, Unter- und Oberschenkel. Klaus-Dieter Fischer. Kajaksport ist ein körperlich umfassender Sport. Das bedeutet nicht nur drin sitzen, das Paddelschwingen, sondern auch mit dem ganzen Körper aktiv im Boot sitzen und die Natur erleben. Am zweiten Tag fährt das Boot schon halbwegs in die Richtung, in die ich möchte. Mit den Trainern, die einen immer wieder korrigieren, bekommt man auch schnell Erfolgserlebnisse. Und so geht es am Sonntagvormittag doppelt so weit wie am Samstag und am Sonntagnachmittag sogar vom kleinen Wannsee bis zum Polesee. Vier Kilometer hin und zurück. Den Wind in der Nase, die winkenden Passagiere der großen Dampfer, die leichte Gischt. Wunderbar. Und auch der Ausgleich zum Bürojob. Klaus-Dieter Fischer. Was das Schönste ist am Kajakfahren. Die Entspannung. Also einerseits die körperliche Herausforderung. Ich bin ein Büromensch und habe viele Sitzende und vor allem vor den Computertätigkeiten. Und da ist es ideal, an der frischen Luft abends oder an Wochenenden in der Natur zu sein, sich körperlich auszuarbeiten und mal zu spüren, dass man mehr als einen Kugelschreiber oder einem Tastatur bedienen kann. Und ich bin immer noch kein Sportfan, hatte sehr viel Muskelkater am Montagmorgen. Und an Stellen, die ich an meinem Körper noch nicht kannte. Aber den Fortsetzungskurs werde ich machen.